Tales of Zestiria Die Geschichte geht in eine neue Runde. Und damit herzlich willkommen zum brandneuen Let's Play hier vorne in diesem Spiel, Tales of Zestiria, dem neuesten Ableger der Tales of Saga. Mein Name ist Michael und gemeinsam werden wir hier diese wundervolle neue Geschichte erleben. Okay, der Tales of Zestiria ist relativ schnell vorbei. Gut, direkt neues Spiel starten. Was kann man Schwierigkeiten? Äh, wir wollen ja eigentlich sagen, äh, normal, mittelschwer, einfach. Ja gut, noch ein paar Optionen hier anstellen. Ich denke mal, mittels ist ganz gut, weil wir haben ja schon ein paar Tales of Spiele Let's Play gezockt. Von dem her, kein Problem, wir kennen uns etwas aus. Was hat jetzt ein bisschen Schaden noch im Nachhinein, was ich bereits noch vorstelle, also Let's Plays festlegen musste, ist die Audiosprache. Ich habe mich jetzt hier zwar für Japanisch entschieden, trotzdem ist es ein bisschen doof, dass man das vor Start des Spiels entscheiden muss und nicht nachher noch nachträglich machen kann, als könnte es sein, dass irgendein englischer Sync auch ganz gut ist, nicht nur japanischer. Aber gut, Sprachlautern stärken natürlich ein bisschen hoch, das ist klar, sonst versteht man relativ wenig. Und dann würde man sagen, legen wir los. Was ist wieder da meinen, Dankeschön. Ganz sicher, es gibt doch, dass wir die overwhelm 알았어. Wie ist das, gibt es denn jetzt noch Foto? Der Schaden der Schlagf ist in den Geistung der Schneien gekommen, W curated und der G Appen das W Tao? Der 20ster Designer Sauder istrinunci конфkoff Beach. Das war's für heute. Es war immer noch niemals in der Zeit, die Menschen aus der Vergangenheit aus der Vergangenheit war. Der Verlust war die Welt wieder in der Vergangenheit. Das war's für heute. Und wir können endlich selber zacken. Geil, mit einer kurzen Erklärung der Steuerung, okay, Bereitskarte, kann man zurücksetzen. Übrigens, was? Die Sorry-Kartenaktion. Sorry, das ist der Typ, der gerade zacken war. Wegen dieser Erwähnung der Hirten. Dunkelheit vertrieben und so weiter. Das erinnert mich jetzt schon ein bisschen gerade an Fire Emblem Awakening, aber okay. Wie sieht es sonst aus? Platterei, Figurenwägen, ja, sonst nichts besonderes war. Dürfte alles okay sein, alles klar sein, vor allem mit Options und so weiter. Ja, also PS4 von dem her. Ist das wohl alles wirklich, wirklich klar, wenn ich schnell taste? Ja, gut. Elysia, Heimat der Seraphim. Seraphim? Sag mir jetzt gerade aus früheren Tales of Spiel nix. Äh, ja, ähm, gut. Weiss jetzt genau nicht, wie es aussieht mit... was? Äh, Alter! Äh, äh, ich muss, ich muss aufs Klo, Alter! Wo ist das nächste Klo? Ich muss! Ja, gut, das ist natürlich ganz schlecht. Nicht, was ich sagen wollte, von wegen der Story und so weiter. Ähm, ich denke nicht, dass es auf irgendeinem Spiel, einer anderen Tales of Saga gerade passiert. Und, äh, ich meine, hier im Spiel, als ich es gekauft habe, lag zwar noch irgendwie so eine 30-nötige Anime-DVD dabei. Sprich, es ist in der Ofe, kann man eigentlich, glaube ich, sagen. War sogar von Tales of Cessiria. Ich weiss genau nicht, ob man die vorher gesehen haben muss, wenn man hier ein bisschen was versteht, oder ob sie erst nachher kommt. Und, ich habe es mal noch ausgelassen und, äh, ja, direkt hier angefangen zu zocken. Ja, gehen wir also nicht hoch, genau sofort. Noch nicht klettern, ich kann nicht mehr in das Schwert schwingen. Und sonst muss ich sagen, der Typ sieht mir ziemlich ähnlich. Oh, Hauptmenü, geil! Ja, vor allem von der Frisur her und die Haarfarbe. Und die Augenfarbe, hallo? Hm, kann ja Michael nennen, wa? Egal. Ich drücke das Hauptmenü um zu öffnen. KP, SK... SK? Ja, KP ist mir klar, es sind Kraftpunkte, aber was ist ein SK? Ja, Mana, also Magie. War zumindest in früheren Teilen so. Egal, mal ganz kurz ein bisschen umschauen, was wir hier so haben. Spielzeit, galt. Gut, das können wir noch aus Tales of Cessiria. Und natürlich auch aus Symfonia. Ansonsten Artendarstellung, so eine Kriegsarte. Ja, können wir ja wie gesagt auch. Oh, noch gar keinen, wa? Besteuerungsmodus. Ja, sieht schon alles sehr ähnlich aus wie im früheren Tales of Spiel. Natürlich auch geil ist. Man muss nicht immer wieder das Rad neu erfinden von dem her. Ausrüstung. Einen Titel eine Wünsche. Was Titel? Rausend von Gegenständen verbessert deine Werte. Rausend von den Titeln bietet dir die Chance, neue Arten oder andere besondere Bundes-Effekte zu erhalten. Nach deinem Können bei diesen Titel. Dein Können erhöht sich... Okay. Hm. Ähm. Ja, sie ist. Geine. Die Fertigkeitsfelder. Jetzt habe ich schon vorangestellt. Jetzt habe ich schon vorangestellt. Dann habe ich schon vorangestellt. Erwirbst. Ah, okay. Also heisst, wenn ich einen alten Schwerp finde, der erste ist immer gleich oder der erste Fehlkarte. Die anderen sind dann nicht anders. Fertigkeitstypen. Ich schaue da gerade links. Zu aktivieren. Okay. Gibt es drei. Ist es etwa ähnlich wie damals mit den Punkten noch, die man auch bei Telesxidia 1 und 2 verteilen konnte? Wahrscheinlich fast so war. Ja. Was hat er mir erst mal die Bundesfähigkeit zu aktivieren? Die Kumulation. Hm. Ich glaube auch Attribut Licht, wa? Licht, Feuer, Erde, Wasser, Wind. Ich finde das auslösen. Fertigkeiten. Die Rest sind links momentan an der Ganggrenze. Elementbündel. Okay. Fertigkeitenbündel. Hm. Ja, da werden wir sicher noch sehr vieles testen. Ja. Ich denke auch alles. Im ersten Paar muss noch nicht so genau stimmen und so weiter. Das kommt alles nach. Und dann halt die ersten Fähigkeiten und die ersten Updates bekommen. Dann können wir das alles noch ein bisschen genauer anschauen. Snack-Zubereitung. Können wir im Kampf genutzt werden? Oder wenn denn? Erstmal Rescaten. Klingt doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ah, ich kann nur einen auswählen. Okay. Mein Unterstützungstalent. Aktionspunktsuche. Ich glaube, der klingt fast besser, wa? Können 10. Wir können 10. Okay. Dann haben wir noch Kampfaktionen. Ja. Auch das kennen wir. Vor allem das mit API und so weiter. Das können wir noch sehr, sehr gut aus. Telesoxidio 1 und 2. Ich habe jetzt 5 Punkte. Hm. Ähm. Die Schussladung. Ähm. Die Schussladung. Ja. Naja. Ich werde jetzt nicht mehr Platz erraten. Scheinbar ist noch nichts für Zoe verfügbar. Nein, egal. Strategie. Gut, wir spielen jetzt momentan selber. Ist das wohl noch ehm. Noch nicht so wichtig. Aber sicher dann für die Zukunft noch. Ja. Ja. Wie viele Charaktere wir hier noch bekommen. Wie viele gleichzeitig im Kampf steuern können. Und so weiter und so fort. Okay. Das ist eigentlich schon die bessere Variante. Vor allem für eine RPG und so. Ich sage jetzt mal in der Regel war die bessere Entscheidung. Ähm. Ja. Wenn wir sagen, dass wir das erste waren. Wir legen endlich mal los nach. Ja. Schon gut 10 Minuten. Mal ein bisschen selber marschieren. Durch ein bisschen schnell. Weil sonst jetzt halt aus müsste er aufs Klo. Und hier haben wir wohl einen Zielpunkt. In der Fall ist das voraus. Ja. Ja. Achso. Achso. Se Driver hat mich schon aus. Ich glaube, dass wir die Schaden den Runden um mit der Welt auszuhalten. Hahaha. Es gibt keine Schaden. Oh... Ich habe wieder gesehen. Suley, ich war nicht ohne. Michul? Ich habe mich überlegt, heute. Heheh. Ich habe noch eine sehr gute Beziehung zum Asgard. Denkst du es, wie ich mit dem Anwuchs vorhanden habe? Das ist eine Art, die in die Ausgabe von Asgard zu sehen. Ich denke, dass es nicht so, was es. Es ist ein Schmutz. Die Ausgabe des Schmutzers in dieser Schmutzerskunde ist nicht so, was es nicht so, was es? Nein, das ist so, was ich. Ich glaube auch. So, legen wir los, ähm, irgendwie sind wir wieder Anspielungen, wah? Wuhh, Kahn, ein Pass. Ich bitte dich, lass mich schnell aufhören. Alter, ihr wollt ja alles Schlag auf Schlag. Ich bin ein Wunderschöner. Ich bin ein Wunderschöner. Ich bin ein Wunderschöner. Ich bin ein Wunderschöner. Was ist das? Es gab auch die Schmerzen in der Schmerz. Ich bin dankbar, dass ich mich nicht mehr verletzt habe. Ich habe mich nicht mehr verletzt. Ich habe mich nicht mehr verletzt. Ich habe mich nicht mehr verletzt. Ja. Was ich gerade sagen wollte, das sind ja sehr sehr viele Anspielungen auf frühere Spiele oder andere Titel mit Asgard, nordische Mythologie, okay, die Hirten aus Fire Emblem Awakening, wie sieht der Miklio? Miklio vor allem. Jo, lässt das O weg, tauscht das L und E aus aus dem Michael. Geil. Miklio. Zoe Miklio, wie kommt jemand auf diesen Namen? Man sieht schon, Zoe ist eher der Angriff vom Fokustyp, während Miklio wohl wieder mit Arte zu tun hat. Jo, Arte verteidigen vor allem, ja, okay. Hm, interessant. Ich nehme die Zeichnung von vorhin von diesem Typen, die irgendwie ein Schwert hochhielt, dann kann ich ein bisschen an The Legend of Zelda Skyward so erinnert. An das Intro da auch mit Hylia. Wir sollen unsere Ermittlungen für ein anderes Mal aufheben, wir müssen einen Weg hier rausfinden. Jo, klingt relativ einleuchtend. So, es scheint sonst nichts Besonderes mehr zu sein. Wieso, wie war es schon, der erste Tempel war aus Skyward Sword, genau, war da auch irgendwie so ähnlich aufgebaut. Alte, kunstvoll verzierte Ruinen, plötzlich mitten im Wald drin oder so. Hm. Muss aufs Klo, muss aufs Klo, muss aufs Klo. Ne, das muss ich erstmal speichern. Ist das etwas, was ich denke? Jo, es ist das Spiel speichern! Irgendwie ist das Symbol dahinter, wa? Hm. Hat sicher noch eine tiefergehende Bedeutung. Ich dachte nur gerade davon wegen, ja, natürlich ist das Tyre, das Logo mit dem Drachen erzieht das Logo. Äh, ich meine, dieses Symbol hier. Doch einen Weg zurück ins Dorf. Jo, ich weiss. Hm, nehmen wir die Karte also. Äh, ja. Sogar Etage wechseln geht aber gerade nicht. Faszinierend. Naja, wenn dem auch sei. Mal interessant, was er schon bereits, in den ersten paar Minuten schon alles abgeht hier. Und vor allem bin ich auch nachher aufs Kampfsystem gespannt, sprich, wie wird das sein? Ähnlich wie bei den Vorgängerteilen, also Vorgänger, ja, Tales aufspielen halt. Oder was ist die Änderung? Ohaah! Taka! Es war vorhin schon sehr gut, aber... Es gab eine Strecke, aber ich habe keine Angst. Äh, das stimmt. Hm? Wer... ... ist tot? Ja, Mikurio. Hm? Das ist... ... Mensch, das ist... ... Mensch... ... Mensch... Warte. Ich werde nicht mit Menschen zu verhören. Ich habe nicht geblieben, weil ich noch nicht verhören kann. Ich verstehe. Ich werde auch mit ihm beitragen. Alles klar, wir müssen den Platz beitragen, ja? Du geniesst Nr.1, der ist ein bisschen naiv und so will jedem sofort helfen und der andere ist ein bisschen pessimistisch. Ok, das ist der andere Raum. Ach, wieder stark wieder der Fire Emblem Awakening zu Beginn weg, aber ok, ich meine es ist ja nicht nur da, sondern generell. Der tritt häufig auf, ja. Hmm, ok, da müssen wir jetzt irgendwie die Frage... Oh, toll, spinnen, die kommen wir jetzt da vorbei, Arten. Kartenaktion, nehm du... Da kannst du ein Schwert schwingen, ja geil. Ich wollte gerade sagen, also irgendwie musst du es ja Rückstände haben auf dem Schwert. So, wie immer, geht alles mal weg, sehr schön, äh... Jo, sonst irgendetwas, noch eine Truhe, ein Gegner, nö, man sieht noch nix, interessant. Hm, jo. Mal weitergehen. Äh, was zum... Da raschelt etwas, oh nein, wieder nichts. Bitte nix mit acht langen Beinen. Natürlich! Äh, ein Spinnenvieh, was vom Bösen besessen ist, sieht fast so aus. Wirke Kriegsarte! Okay, das Aussagen klappt so, wie aus Tales of Xilia. Und, äh, es frei bewegen auch so, mit L2 einfach. Ach geil, jetzt kam es aus Tales of Xilia und nicht aus Tales of Symphonia. Das war ein bisschen, äh, sehr 2D-mässig, sprich sehr Seitenblick-mässig. Hier haben wir ein bisschen mehr Auswahl, okay. Gegner ist immer anvisiert. Kriegsarte, wirklich Kriegsarte mit Kreis. Jo, mit bis zu 4 Treffern. Echt mal testen. Hm. Sieht ihr auf verschiedenen Farben jetzt bei Zoe? Ich frag mich, ob das damit zu tun hat, dass er auch verschiedene Arten einsetzen kann. Wie? Ich weiß nicht, wie ist das? Hjoma? Hjoma? In echtem? Ich habe das noch nie gesehen. Wie ist das Hjoma? Es gibt einen kleinen Geräusch, die sich hierher zu gehen? Ich bin jetzt nicht erinnern. Ich habe mich vergessen, dass Gigi gesagt hat. Oh. Hjoma? So, Hyoma! Kegaregabunda, Osoろsii, Ma-mono, ja. Yaturao tao selu noa tokbeetna mono dake ga ayaつu, Jouka no chikara no mi. Atairi tomo, Hyoma ni deaattara, sugu ni ni geu no ja. Waaasurete wa nara zo, waaareni ni Hyoma o taiji suu kotoa dekinai no ja. Joi na. Jouka no chikara ga nai to, Hyoma wa taozenai. Ima wa oiharata dake de mannzok shi na da. Nara, nao sarra dama. Hm? Ima wa taozenai kanojou taaskena kya. Anna go urlozui enda kara. Joa, wir mal sagen, eine gute Idee mit Helions. Also weiss ich nicht. Also irgendwie von einer, da muss irgendein Übersetzungsfehler drin sein. Weil die sagen niemals im japanischen Helions, sagen doch etwas ganz anderes. Ich weiss gar nicht, wie ich die jetzt betonen soll. Helions. Helion. Helions. Helions. Egal. Egal. Wir haben da schon herauszufinden, wie das genau betont wird. Oder halt auch korrekt artikuliert. So, wo kann man dieses Viech her? Ah doch, da jetzt. Hä? Ne, da kann... Kann das Viech gerade her? Hm, egal. Tut nichts für Sachen. Müssen wir weitermachen hier. Hm, so. Ah ja, eine Truhe endlich im Tales of Xylia Style. Ist das geil. Schatztruhen. Und wir finden darin alte Ohrringe. Okay, scheinbar sorry. Ich dachte schon, vielleicht irgendwie mit Orangengummi oder so etwas. Ein Monolith. Was? Der hier? Ah, nein, den natürlich. Doof. Suche nach Monolithen. Steindenkmälen als Monolithen findest du aber fehlender im Verliessen. Sie tragen Inschriften und bekannt über vergessene Kampftechniken. Kann ich aufstehen, dass ich sie noch nicht ziehen. Wenn ich von Monolithen erhältst du Api? Kann man das nicht notwendig sein? Jo, jo, jo. Hm, so kriegen wir also mit Api. Interessant, wa? Drücke X, wenn du einen weitererwenden willst. Ja, er ist anscheinend weiss, dass die über Kämpfe in einer alten Sprache abgefasst sind. Oh, eine alte Sprache. Kriegsarten. Wenn du kämpfst, dann gehen wir an Ebel und verlangst neue Kriegsarten. Stumm- und Stecharten, mobilen Effektbereichsarten. Ja, Arten genau, wie ich gerade eingesetzt hatte. Es waren immer so verschiedene Farben. Ich dachte fast schon, hm. Jetzt ist eigentlich mal Erde nach Feuer, Wasser, Wind ein. Das sind halt der viel grossen Geister, der hat auch Elementargeister, wa? Äh, Ivry, Gnom, Sylphe und Udine, genau. Wow, kommt der bitte doch her! Ja, Miku hat aber auch was drauf an mit seinem Wasser und Eisklappe. Warte drauf! Ja, zack, zack! Okay, man sieht schon, Kombination ist die entscheidend. Bei uns sinken irgendwie die Karpen nur noch nicht so stark. Und die Eisklappe regenerieren sich auch von selbst wieder. Hä, was ist das für ein Wert, Eisklappe? Es ist nicht so, wie es nicht so ist. Einen Helion zu bestehen? Ja, bist du dabei! Krang 0,52, dann schlecht. Er hat Tangen zugefügt. Okay, äh, ja. Seelenkette heisst das. Meine Güte, kommt auf so einen Namen, ey. Im Kampf von Kombos benötigt wird, sie können auf maximal 100 ansteigen. Aktion in Kriegsartig verbrauchen, Esken an niedrigeren Esken macht dich verwungbar. Okay, also irgendwie die Karpen einfach nicht auf Null fallen. Gut. Jo. Jetzt, äh... Wissen wir nicht, geht es jetzt weiter? Hier gibt es ja nicht... äh... Mini Mäbeln links oben. Da war... Ah, das ist ja die Tür, meinst du! Look at the door! Äh... Was haben wir für... Hm... Spinnnetzer, weiter... Hm... Okay... Mal schauen, was wir hier haben. Ein Stockwerk tief vor einem Monolithen da drüben. Ich kann die alte Sprache spüren, was ich kann man spüren. Abwehr... Äh... Locken, 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 locken... Locken... Die Eskeril... Eskeril... Herstellungsrat! Ach du Scheimkleister! So wieso sehe ich eigentlich... Truuen! Woah... Also unter... Abwehr... Wehremit... Ja... Wieso sieht man eigentlich die Truuen nicht mehr auf der Karte? Auf einem Meme hätte ich ja schon immer gesehen. Hm... Ja... Nun ja, was soll's... Irgendwosen erledigen diese... Helion! Sicher verdammten Spinnen! Glaub ich spinne! Doppelstrom! Geil! Eigentlich steht nichts von irgendeiner Art her, aber egal. Bist du sicherheit? Sorry! Jo, uns geht's gut! Kraftpunkte! Oh... Was? Auf Kapp? Ja... Also das wäre ein Kreis, was man am Anfang, zu Beginn eines Spiels noch erwähnen sollte. Weil übrigens die Kappe, wenn die auf Null fallen, ist nicht gut, ja? Nicht irgendwie plötzlich... Jo, jo... Erstmal alles andere und dann zum Schluss... Ah ja, übrigens, es geht nur die Kappe, hm? Ja, okay, da drüben ist die junge Frau, wie man sieht. Wir können die nochmal speichern. Nennen natürlich auch gerne an dieses Angebot. So, die Ursache des Donners, was? Schaut gerade etwas mit Ursache des Donners, aber gut. Lassen wir das und gucken, ob wir da... Ah, ey! Da okay, aber man hört sie, glaube ich, wahr? Jetzt kann ich da mal hinten vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen, oder vielleicht eher... Tanning durchbrechen, oder vielleicht raus sein. Jo, so Kommis haben wir schon mal geile drauf, natürlich nice. Ähm... Schloppen klappt soweit auch ganz gut, yo! Dann doch mal gucken, was wir hier oben noch so haben. Da geht's weiter. Okay, haben wir hier noch irgendetwas? Nö, wie gewohnt. Alles nur Deko, gut. So... Wo ist hier ein Viecher? Hörst du es mal? 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 Ah, doch es geht! Ah, sehr schön! Hilfe! Stimme, wo bist du? Ahem... Das ist natürlich gerade ein sehr, sehr hofer Zeitpunkt für die Stimme zu verabschieden. Und komm schon drauf drauf drauf! Ja! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Das war schon mal geil. Äh, so ganz auswählen. Arte, Objekte... Arte halt momentan... Hm... Ja, vor allem halt für Miklios irgendwie da etwas wählen könnte. Aber ne, momentan ist nicht unbedingt nötig. Deswegen ist es zu beeinflussen, aber gut zu wissen. Ja, die Apfelgummis, die Apfelgummis! Wie haben wir die vermisst, wa? Anstrengend Feind begegnen. Ja, ho, wir natürlich auch, aber zu Beginn weg. Wie gesagt, erst Level 6 oder so. Dafür wusste ich gar noch, hab ich gar nicht gemerkt, wa? Nehmen wir es bereits Level 6 sein, gut. Apfelmeins erhöht, genau. Ähm, dann geht's da weiter. Hm? Ja, ich bin jetzt da geil. Und man guckt, was habe ich hier schönes? Ein altes Diadem für... Ein Diadem! Für Mikrio. Also irgendwie... Mikrio hatte irgendwie weibliche, so... Ich glaube, das ist ein Gesichtszüge und dass er es ehrlich sagen soll. Aber ähm... Ob das jetzt eine gute Frage war. Ne, das ist schon ein Junge, oder? Sie haben doch eigentlich... Oh, guck mal an! Blut und Münz. Ja, das sind ja die, die ich nachher noch wechseln könnte. Mikrio, was hat der Interessantes? Also halt die Diadem, die immer in seiner Artigate hoch. Ja, wieso nicht, wa? Ähm... Wir können zwischen Zoe und ihm wechseln. Nicht unbedingt nötig. Kampfstiefeln auch nicht. Stab, Schwingen, das sind verschiedene Titel, wa? Die unterschiedlich boosten. Ja, Artangriff plus 4, wa? Mit dem Mondlichtkreis. Wieso eigentlich nicht? Der Rest können wir so lassen. Bei Zoe, wie sieht's bei ihm aus? Hat die alten Ohrringe die anderen, wa? Ja, klar, wenn es was boostet, ist immer gut. Hast du noch bei Schwerplünderer etwas? Ja, dann haben wir das. Oder Träger als Mystischen Schwertes. Der Tierhurt hat den Fokus noch ein bisschen höher, wa? Nur, wir können's mal testen. Die Talente sind noch die gleichen bei Stufe 6. Hm... Er hat jetzt einen Schatzelektor oder Snack-Zubereitung. Äh... Was zum... Er kann doch irgendwie... Ja, ich wollte gerade... Moment. Hä? Kann ich switchen zwischen Zoe und Miklio? Das Nied hat ja die Abheben allem gleich. Ja, das kann natürlich sein, wa? Hm... Oder machen wir irgendwie etwas falsch? Natürlich die andere Variante. Die nächste Artetigerklinge. Ja, das reicht natürlich nie. Okay, aber gut. Äh... Jo, reicht's. Wir gehen weiter. Wir wollen den jungen Damen helfen. Und da haben wir noch irgendwie... Was ist denn hier los? Hm? Das... Na... Na, 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 na? Ich habe mich geholfen. Wenn ich mich in der Zeitung bin, dann kann ich nicht mehr bleiben. Wenn ich mich in der Zeitung wieder zurückkehren, dann bin ich sicher. Ha, 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 ha. Ich bitte! Ja, das ist ja mal ein toller, bester Freund, wa? Egal, gehen wir weiter. Okay, da unten ist die Gute. Haben wir noch das Kräuter? Lavendel! Steigt die Angriffsgrafen 2, was? Okay. Denken wir uns doch später. Lavendel, mhm. So, na, und auch sofern. Ja, hatten wir ein bisschen was. Aktionspunkte Suche. Trank des Lebens. Ha, die gibt's auch wieder geil. Ah ja, hier ein Monolith. Seelenkanin. Es ist der höher, der Schaden nur zufügst. Ah, was? Aber ist nicht empfehlenswert. Wieso? Langsam wieder Herstellung. Entscheiden. Ausgewogenheit, wa? Hm. Okay, auch das merken wir uns. Und können sowieso schon bald effektiv umsetzen. Ja, ganz toll. Ja, ich wollte doch eher sagen, da rüberspringen. Ich dachte, man hat die beste aller Ideen. Natürlich kommen wir sonst da rüber. Hä? Runter soll ich? Okay, mal gucken. Hm, fass mich hier noch in etwas. Hm? Alter Schwede, die nächste Anspielung. Also, zumindest scheint es gerade zur Natur zu sein, dass irgendwie... das, was ich gerade denke, Anspielungen sind auf bekannten Spielen oder anderen Filmtiteln, dass irgendwie Anspielungen hier auf sind, was weiß ich, der Geier. Aber komm schon, das erinnert aber sehr stark an Indiana Jones 3. Sehr stark. Gut. Ich blicke gerade wegen der Spruch damals schon wieder. Oh, ich habe schon so lange den Film nicht mehr geguckt. Und, ähm, der Weg vor dir... Wird kein leichter sein. Ne, das weiss ich nicht, aber es geht in die Richtung. Hm, wo der Pfad vor? Der hat gerade mit dem Pfad etwas zu tun. Egal, das ist gar keine Rolle. Mal schauen, was, äh, ja. So. Ja, ihr versteht es auch. Äh, ich habe noch nicht kapiert, was... Da kommen Treppen unten hoch. So ein Quatsch, weil ich dachte, dass man hier durch die Luft laufen kann. Hä? Katzenbein, das ist einfach nur am Pfad. Ein unsichtbarer, hör mich aus. Hä? Was zum... Ich muss was davon wählen? Ja, dann wohl am Ende so an der Treppe war. Und, wie es so ist, ist es so. So ist es, wie es so. So ist es, wie es so ist. Und, wie es so ist, wie es so ist. Oh, ich habe wirklich nicht gemerkt, dass ich mich nicht mehr so fühlte. Hä? Wie ist es so. Ich habe das gesehen. Aber das ist ja nicht. Hier, du kannst es nicht sehen. Hie, du kannst es nicht sehen. Irgendwann, wenn ich es so ähnlich sehen würde. Naja, wie so Michael O. Oder nicht gerade so. Naja. Was? 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 Das ist wirklich ein Mensch, was ich. Das ist nicht so, was ich. Ich bin sicher. Danke. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich über das Termin geholfen. Du hast es? Das Name. So. Ah, mein Name... Ich bin S.L.E. S.L.E.? Ja, danke. S.L.E., du kannst du nach dem Bereich, nicht in den nächsten Mal? Ich denke, ich werde deutlichen Lauf zu wenn ich nach Hause zurückgezähse. Ich bin schon von der Stadt gekommen. Woher kam es? Wie ist das? Hmmmm... Komm schon mal an, wo ich hier. Was? Was ist das? Was ist das? Ich kann mich nicht wissen, ob ich mich nicht wissen? Ich kann mich nicht auf dem einen Moment nicht verletzen. Nur so! Das ist eigentlich nicht so einfach. Ich glaube, dass ich mich einfach nicht so fühle. Ich weiß, was ich nicht? Ich weiß, was ich nicht? Ich weiß, was ich nicht? Es gibt keine Situation, aber ich kann mich nicht sehen. Ich bin nur zufrieden. Ich bin nur zufrieden, ich bin sicher. Ich bin nur zufrieden, dass ich mich an den G.G.G. Was? Ich bin auch nicht mehr. Du kannst aber nicht, in der kommenden Zeit los. Und das werden wir auch tun, Leute, aber nicht mit dieser Folge denn mit über 130 Minuten ist der Part schon lang genug hier als sogenannte Pilot-Folge. Gut, sie sind bei uns im Team, das ist aber auch kein Problem. Freunde, vielen Dank, fürs Zusehen hier bei der ersten Folge zum Let'splay von Tales of Zestiria. Denkt mal, wenn sie noch viele weitere viele spezielle Parts gibt... Hoffentlich seid auch ihr weiterhin mit dabei und bedanke euch jetzt schon mal für Kommentare, Feedbacks. Auch wenn ihr einen Daumen hoch und so weiter. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.